Das passiert eh eigentlich gefühlt jedes Mal, wenn ich Motorrad fahre und es regnet, also das erwähne ich schon gar nicht mehr. Hier übrigens neues Handy, Digger. Krister Müll, kein Face ID mit einem Helm, Digger. Deswegen sag ich für mich selber, ich bin safe der Main Character. Safe, Digger. Das kann nicht irgendein normalen Typen passieren. Guten Morgen, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Mir geht es eigentlich okay, nur es ist viel zu kalt, Digger. Also ich weiß nicht, wie das Wetter irgendwo anders ist, aber in München ist es eine einzige Katastrophe. Wann habe ich angefangen mit den Videos? Jetzt vor einem Monat? Wohl, vor einem Monat war es ja ein bisschen kalt, so. War unangenehm, aber man konnte fahren. Dann gab es eine Zeit, da war halt eine Woche lang so 20 Grad, Digger. Konntest du ohne Jacke fahren. Und jetzt Grad? 3 Grad. Nachts hat es minus 6 Grad manchmal. Das kann es doch nicht sein, Mann. Der ja von 2 Wochen oder so war 20 Grad richtig geiles Feeling. Und jetzt musst du wieder die Winterjacken rausholen. So, was machen wir heute? Ich muss die Arbeit fahren, deswegen bin ich auch überhaupt unterwegs. Oder besser gesagt, ich habe kein Video aufgenommen, weil ich so viel Arbeit hatte. Und ich habe erst seit gestern frei jetzt. Oder was heißt frei? Ich habe seit gestern ein bisschen mehr Zeit. Gestern war Montag, heute ist Dienstag. Jetzt, wo ich das Video aufnehme und morgen muss das Video rauskommen. Weil ich ja sagen wollte, dass ich jeden Mittwoch ein Video rausbringen will. Und wäre bitter, wenn ich nach 2, 3 Videos schon aufgebe. So, heute werden wir nicht einfach nur dumm durch die Gegend fahren und schauen, was passiert. Nein, ich habe etwas zu erzählen. Und zwar, ich will euch erzählen, warum ich denke, dass ich der Main Character bin. Ich höre mich jetzt an wie Apo Red wahrscheinlich. Ist glaube ich normal, wenn man einfach der Main Character ist. Also jetzt nicht im positiven Sinne, sondern absolut im negativen. Weil gefühlt läuft absolut gar nichts bei mir. Oder was heißt, es läuft nicht gar nichts bei mir. Wenn eine Sache schief läuft, dann ist es komplett Katastrophe. Dann läuft auch alles andere danach schief. Letztes Beispiel jetzt, die Zeitumstellung. Die Zeit wurde ja eine Stunde vorgestellt. Das heißt so viel, wie ich musste eine Stunde früher los von zu Hause. Was bedeutet das? Ich musste losfahren. Genau da, wo ich losfahre, fängt es an zu regnen. Und es regnet nicht ein bisschen. Es schifft aufs Eimern, Digga. Und ich habe hier kein Auto, wie wir seit 2 Videos wissen. Danke nochmal an die Typen, die den Kat geklaut haben. Ich auf jeden Fall fahre da durch den Regen, Digga. Halbe Stunde, 40 Minuten zur Arbeit. Komme irgendwie an. Dann, ich komme bei der Arbeit an. Es wird auf zu regnen. Das passiert eh eigentlich gefühlt jedes Mal, wenn ich Motorrad fahren, das regnet. Also das ist schon, das erwähne ich schon gar nicht mehr. Aber was mich daran gestört hat, es hat genau dann aufgehört, wäre die Zeitumstellung nicht, wäre ich halt genau dann gefahren, wo kein Regen war. Aber nein, es ist die Zeitumstellung. Also muss ich eine Stunde früher losfahren, also komme ich auch direkt in den Regen rein. So, das kann man sich nicht ausdenken. Das glaubt mir kein Mensch. Und sowas passiert halt gefühlt jeden Tag. Ich habe es mir auf dem Handy aufgeschrieben, aber ich bin zu dumm, davor halt nachzuschauen. Digga, was machen die da bitte? Ey, ganz, ganz, ganz kritisches Ding hier. Wenn die Ampel jetzt rot bleibt, dann kann ich ganz kurz für meine Notizen schauen. Oh nee. Bro, ich will einmal im Leben eine rote Ampel und dann kriege ich sie nicht. Ja, YouTube, bis eine rote Ampel kommt, habe ich keine Ahnung, was ich euch erzählen soll. So, jetzt schauen wir nach, was ich euch erzählen wollte. Der Audi, Bruder, da war hier übrigens neues Handy, Digga, Christa Müll, kein Face-ID mit einem Helm, Digga. So, nach dem kurztaktischen Zwischenstopp, weiß ich wieder, was ich euch erzählen wollte. Noch ein paar Situationen, wo genau sowas passiert. Es war ja jetzt vor einer Woche sowas, war ja dieser große deutschlandweite Streik, wo die Öffis nicht gefahren sind. Und natürlich, genau an diesem Tag, die Öffis fahren nicht. Also kannst du es komplett vergessen, mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Also kann ich auch nicht DriveNow, ShareNow oder was auch immer benutzen. Zu denen kommen wir übrigens noch. Also mit anderen Worten, ich musste an dem Tag mit dem Motorrad fahren. Ob ich wollte oder nicht, war egal. Und was passiert? Wir haben es fast April, wir haben Ende März, Anfang April, es schneit. Ich bin mit dem Ding durch den Schnee gefahren, weil ich keinen anderen Weg hatte, in die Arbeit zu kommen. Also ich hätte schon einen anderen Weg gehabt. Ich hätte halt zwei Stunden vor Arbeitsbeginn mit dem Taxi losfahren müssen, wahrscheinlich von zu Hause. Aber das ist halt auch sowas so, ja okay, streiken, schön und gut, ist ja gutes Recht von jedem. Aber Bruder, es kann doch nicht sein, dass dieser eine Tag, wo die streiken, wo dann gar nichts mehr auf einmal fährt, genau da schneit es. Genau an diesem Tag schneit es. Eine Woche davor konntest du noch in T-Shirt durch die Gegend laufen. Und dann die dritte Story, DriveNow. Ja, mit euch muss ich auch noch abrechnen. Die heißen jetzt nicht mehr DriveNow, die heißen jetzt ShareNow oder so. Er hat aber auch wenig mit denen zu tun. Wobei, mit denen hat es auch einmal was zu tun. Es ist mir gerade noch eine Story eingefallen. Also Story Nummer 1. Ich habe Spätschicht bis irgendwann 11. Normalerweise wäre ich an dem Tag mit dem Motorrad gefahren, weil es war einigermaßen okayes Wetter. Aber ich musste später noch jemanden abholen. Also habe ich gesagt, komm, ich fahre mit dem DriveNow hin. Und dann am Abend fahre ich mit DriveNow zurück. Dann am Abend, ich will zurück. Ich gehe zum Auto. So, ich habe eh Netz. Erstmal wieder absolute Blamage für Deutschland, Bruder, dass du in Deutschland überhaupt eh Netz haben kannst. Und dann noch mitten in München in einer riesigen Stadt, Digga, dass du da nicht überall wenigstens LTE als Abdeckung hast. Ist halt absolutes Armutszeugnis. Aber ganz, ganz andere Geschichte, Digga. Auf jeden Fall der eine Tag, wo ich nicht mit dem Bike fahre, sondern ich fahre mit DriveNow, weil ich jemanden abholen muss. Das heißt, ich habe auch keine Zeit. Ich bin beim Auto. Ich konnte ja reservieren und überwählen, dann bin ich losgegangen. Dann komme ich beim Auto und ich kann das Auto nicht entsperren, weil ich ja kein Internet habe. Digga, es war so schlimm. So, so, so schlimm, Digga. Das gibt es nicht. Und dann mit DriveNow, Schernau, wie auch immer, Digga. Nochmal ganz schlimm. Deren Autos. Bruder, ich reserviere mir ein Auto. Erstmal, ich musste warten, bis überhaupt was bei mir frei wird in der Gegend, weil aus irgendeinem Grund in letzter Zeit gibt es keine Autos mehr da, wo ich wohne. Dann wird endlich mal was frei. 40 Cent pro Minute, eh schon absolute Wucherpreise. Aber okay, ich muss halt so. Ich muss jetzt los mit dem Auto. Dann gehe ich da zum Auto hin. 20 Minuten musste ich da zu Fuß durch den Regen latschen. Komme ich zum Auto hin, ich kann das Auto nicht entsperren, weil das Auto eine Störung hat. Dann durfte ich nochmal eine halbe Stunde durch die Gegend latschen, um zum nächsten Auto zu kommen. Wo ich mir auch dachte, Bruder, ich bin jetzt 50 Minuten zu Fuß gegangen. Ich hätte auch zu Fuß eingehen können, so. Danke an der Stelle nochmal. Natürlich war ich da auch absolut im Zeitstress, so, weil ich muss halt pünktlich da sein. Also ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm bei mir. Deswegen sage ich für mich selber, ich bin safe der Main Character. Safe, Digga. Das kann nicht irgendeinem normalen Typen passieren. Hier ist ja auch eine Baustelle. Bruder, die komplette Stadt ist eine Baustelle. Es ist so schlimm zu fahren. Es ist nicht normal. Also es geht mir richtig auf die Eier. Wenn ich irgendwo hin muss, selbst mit dem Motorrad, habe ich schon keinen Bock mehr. Mit dem Auto, Bruder, ich würde einfach sagen, nee, ich komme nicht. Punkt, Schluss, aus. Digga, was machen die denn hier? Gut, kann man sich eigentlich seit 10 Jahren fragen, seitdem die Baustelle hier ist. Ach, hier ist ja auch Verkehrschaos, Digga. Boah, warum tue ich mir das überhaupt an, Mann? Ja, YouTube, ich glaube, ich würde mich hier eh nur aufregen mit dem hier. Kannst du ein bisschen noch vorfahren, weil dann kann ich mich hier durchfiltern, Brudi. Musik 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 Musik